Wir spielen mit in vier Gruppen, und zwar mit teilweise fünf Mann. Eine Gruppe ist mit vier Mann. Dann fangen wir gleich mit der Gruppe A an. Gruppe A spielt Donner, Schimmer, Gluck, VJ und Groß. Gruppe B spielt Hai-Hong, Munzert, Süß, Wehner und Meier. Gruppe C spielt Doppenecker, Tran, Ruff und Lager. Und Gruppe B spielt Putz, Hillermann, Isep, Steinbrecher und Müller. Dann fangen wir an auf Platte 1. Donner, Schimmer. Wer kommt weiter? Die ersten zwei. Die ersten zwei kommen weiter. Platte 2 Hai-Hong gegen Munzert. Hai-Hong gegen Munzert. Platte 3 Toben, Eckertra. Herr Heftbuch, Frank Bucke, Nürnberg. Und Platte 4 Putz, Hillermann, Isep, Schütt, 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 Schütt. Auch in der besseren Lüge. Schauen wir mal, ich bin ganz kurz. Da war da irgendwas mit einer Verliererrunde. Geht das noch? Weiters machen wir nicht. Wir machen nur Gruppen mit Achterfinale, Halbfinale und dann 11. Plus Gruppenphase. Noch eine Frage. Sind alle Handys aus? Ja, ich habe ein schöner Ball. Der beste Bündel. Wir haben das. Wir haben eine Schafel. Vielen Dank.